Ganz ehrlich, so ein dreckiges Auto haben die schon seit lang nicht mehr gesehen, oder? Nie. Boah, da bist du so ein Schwein. Wie kann denn sowas passieren? Du sitzt da. Erstmal den groben Dreck aufsammeln. Jawohl. So viel ist es hier gar nicht. Gut ab. Ich bin hier in der Tür. Mein Tipp. Das ist geil. Mein Parfüm. Das ist aber echt dreckig alles hier. Ich hab das und eine Schraube. Wo kommt die Schraube denn hin? Weißt du Schatz, wie hast du das denn gemacht? Scheiße. Scheiße. Ey, das kann doch nicht sein, Alter. Egal. Jetzt geht die will ich. Ja, so, dann würde ich mal sagen, so weit, so sauber, ne? Ja, ab nach hinten. Toll.